Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video. Ich habe mir mal wieder ein neues Stativ gekauft. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr bestimmt, dass ich einige Stative mal vorgestellt habe. Eigentlich sind es zwei größere Stative gewesen von der Firma Kuhlmann. Das Alpha 2800 und das Alpha 2500. Das sind relativ beliebte Stative, gerade das 2500er Stativ bei YouTubern für Einsteiger und Anfänger. Aber man kommt mit diesen Stativen, wie ich es bei mir mitbekommen habe, sehr schnell an seine kreativen Grenzen. Also das Stativ ist gut für stationäre Einsätze. Das alte Alpha von Kuhlmann, wie es zum Beispiel in dem Raum, wo man filmt, kann man die sehr gut stationär stehen lassen. Ist ganz okay. Aber wenn man doch jetzt ein bisschen mehr machen möchte mit der Kamera, sei es jetzt Film oder Fotografie, ist man damit sehr schnell an seine Grenzen gekommen durch die nicht gerade flexiblen Beine. Ja und darum habe ich mir halt ein neues gekauft und zwar von Vanguard das Alta Pro 263 AB100. Das gibt es in verschiedenen Versionen. Warum gerade dieses Stativ? Auf U-Typ hat ja jeder so seine Stative und ich denke mal jeder, der das ein bisschen intensiver betreiben will, Stativ, also jetzt Film und Fotografie, der wird eh lange auf der Suche sein nach einem guten Stativ, was für seine Anforderungen das richtige halt ist. Und ja, preismäßig müsst ihr euch immer überlegen, wollt ihr Aluminium, wollt ihr Carbon oder was soll es alles können, welche Größe soll es flexibel sein und wie auch immer. Also es ist halt schwierig. Und ich habe mich halt für dieses entschieden, weil auf YouTube hat ja jeder so seine anderen Firmen, wie zum Beispiel Manfrotto, ja, Made in Italy. Aber das sind halt Preise, wo ich sage, nee, das ist für mich nicht mehr ertragbar. Ich habe mich für dieses entschieden, wenn gerade, wie gesagt, Alta Pro 263 AB100 mit dem Kugelkopf für, was habe ich bezahlt, round the bound 100, 35, 39 Euro. Das war ein Angebot, sonst ist es ein bisschen teurer mit dem Kopf und ja, aber lange genug gequatscht ist, ich werde es jetzt mal auspacken und euch mal zeigen, was in der Lieferung enthalten ist, ja, wenn ihr es euch auch zulegen möchtet. Ja, das ist die Verpackung, sieht nicht spektakulär aus, ist ganz normal, schön bedruckt. Die Farben sind ganz nett, sind Geschmackssache, wie gesagt, schwarz und orange. So ist auch das Stativkeil mit schwarz und orange, erinnert mich an meinen früheren Arbeitgeber Zalando, da war ich auch mal beschäftigt, seht ihr das? Zalando, schwarz-gelb, ja, oder orange besser gesagt. So, das ist jetzt hier auch so der Fall, schön gestaltet, hier ist nur die Thymbezeichnung, wenn man das erkennen kann. Hier hinten hat immer noch ein bisschen alles in Englisch und Deutsch geschrieben. Ist jetzt nichts Spektakuläres, also deswegen habe ich jetzt auch nicht so die Kamera nachgemacht. Ganz normal, ihr wollt ja sehen, was drin ist. Ja, ich habe hier mal einen kleinen Spickzettel gemacht, also die Top-Features sind eben halt, das Außenmaterial des Statives ist aus Aluminium mit einer Magnesiumbeschichtung. Ich denke mal, das wird ja lax sein, dann so. Der Stativ ist maximal belastbar bis 7 Kilo. Der Kopf auch nochmal bis 7 Kilo. Höhe ist mit dem Kopf 1,73 Meter. Das Packmaß mit dem Kopf 71,5 Zentimeter. Ich denke mal, wenn ihr die abschraubt, hat er ein bisschen weniger. Es sind drei Segmente, es wiegt 2,4 Kilo, also 2440 Gramm. Die Mittelsäule ist von 0 bis 81 Grad beweglich. Die Beine kann man ausstellen in drei Rastern, und zwar 25, 50, 80 Grad. Ein leichtläufiger, fluidähnlicher Kugelkopf ermöglicht halt extreme schöne Weitwinkelaufnahmen und eben halt, ja, hohe Tragfähigkeit. Das sind so die kleinen Specks halt nochmal. Aber ich werde das jetzt mal auspacken. Ich werde jetzt da ein bisschen bestimmt aus dem Bild wandern, aber es ist halt doch ein etwas größerer Karton. Und da bin ich halt mal ab und zu mal aus dem Bild leider verschwunden. Ja, hier ganz normal, seht ihr das, aufgemacht. Ja, ich werde es mal rauskippen. Okay, hier ist schon der Kopf. So. Pappkarton, mal so, ne, Schutzkarton. Es ist alles, alle. Auch nichts weiteres drin. Nein. So. Großes Lob, ein Venngard. Wir haben hier eine Stativtasche. Ist bei vielen teuren Herstellern nicht dabei. Ist zwar ein kleines, ja, Detail, aber für mich doch wichtig. Ist schon mit dabei, so finde ich schon toll. Und das Stativ, ja, ein schönes Altengewicht, muss man sagen. Also schon ein großer Unterschied zu den Kuhlmann, auf denen hier gerade steht. Das ist das Alpha 2800. Ja. Wir haben hier die Wechselplatte, Schnellwechselplatte für den Kugelkopf. Ja, ein bisschen Garantie gedöhnt, also Papierkram, ja. Ja, wir haben hier noch, was ist denn das? Ein kleines Werkzeugstückchen, das ist, ja, das ist gar nicht mehr so verkehrt hier, Mensch. Das ist ja alles mit dabei. Hier so eine Art wie eine Ratsche, ein Imbus und, was ist das? Keine Ahnung. Ist mit dabei. Ja. So sieht das alles hier aus. Ein schickes Stativ. Was ich auch toll finde, hier an der Seite, also anderer Seite sind diese Orientierungsteile zum Reindrücken. Bei manchen ist es hier oben, bei manchen muss man ziehen, bei manchen muss man drücken. Alles aus Metall, nicht aus Plaste. Also das ist schon mal echt was. Ich werde gleich mal das aus der Nähe noch zeigen. Also ich bin zwar total positiv überwältigt von dem Stativ. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, das ist mein erstes, richtiges, ich sage es mal, professionelles Stativ. Die anderen kennt man ja, so Hama Star 61 und sowas, diese etwas günstigen. Wie gesagt, sie tun auch ihren Zweck, sie halten die Kamera ruhig und an ihrem Platz. Aber ich wollte sie doch mehr dann für innen nehmen. Dieses Stativ, das Vanguard, alter Pro 263 AB100, ist eben halt schon eine ganze Ecke. Also kann man gar nicht damit vergleichen. Wie gesagt, mein erstes Richtige ist, ich habe mal die Zettel, die so an dem Stativ drin war, abgemacht, dass wir mal hier das sehen können, was es kann. Also hier ist mal die Thymbezeichnung. Jetzt nochmal so einige Bilder, was das Stativ so hinkriegt. Ich sehe das so einigermaßen. Ja, hinten wieder, wie gesagt, der Typ halt. Das sind das ganz normale Städchen. Und, wie gesagt, an Zubehör haben die nicht gespart. Also wenn man das so, wie es zum Beispiel Manfrotto so ein Stativ hat, ja. Ich sage jetzt mal, das 055er, was es da so gibt. Die haben nur das Stativ. Da ist nichts weiteres dazu. Weder eine Tasche oder so, ja. Also Daumen hoch dafür, dass da Vanguard da mitgedacht hat. Zum Beispiel hier, für den Kugelkopf noch eine weitere Schnellwechselplatte. Ich meine, das ist auch nicht alltäglich, dass man das irgendwo noch hat. Bei anderen muss man das teurer dazukaufen. Die ist hier mit dabei. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Dann haben wir hier dieses, ja, ich nenne es mal Multitool, ja, für dieses Stativ. Das ist auch so mit dabei. Das ist, wie gesagt, hier so eine kleine Ratsche. Also Sechskantschlüssel. Dann habt ihr hier den Imbus hier mit an Bord. Und hier zum Rausdrehen, ja, auch noch so ein Teil, was ich noch nicht weiß, was es genau ist. Wie gesagt, ich habe es für euch gerade jetzt auch erstfrisch aus, neu ausgepackt. Ich habe das vorher mir nie angeguckt. Deswegen, ja, seid genauso mit dabei, wie ich Osteindrücke halt sammeln. Ja, dann haben wir hier die Tasche. Wie ich finde, weil viele in den manchen Videos sagen, ja, die werden nicht so besonders. Ich finde die überragend schön. Also, und allgemein, dass sie schon mit dabei ist, finde ich schon klasse. Und dass hier so eine, ja, Verstauungsmöglichkeit mit dazu ist. Finde ich echt subi. Also, wie gesagt, da oben hoch. Also ich bin total begeistert für den Preis, was man alles mit dazu bekommt. Ich habe das nicht bereut, dass ich dieses Stativ mir hier zugelegt habe. So mal hier ein paar kleine Detailaufnahmen. Hier unten, das sind die Füße. Hier kann man Gummis rein drehen. Und da kommen dann Spikes für draußen, für das Gelände. Die sind auch mit dabei. Das ist auch nicht alltäglich. Wie gesagt, zum Rein- und Rausdrehen. Hier, ich mag diese Anschlüsse, also diese Verschlüsse sehr. Ja, manch einer hasst die. Der mag halt diese komischen Drehdinger. Ich finde auch diese Klipse schöner. Und alle drei Beine sind hier mit Moosgummi umwickelt. Um eben halt besseren Haltgrip anzuhaben. Hier ist einer Wengart eingestanzt. Auf Haltschirm ist egal. Und eben halt auch keine kalten Fingern im Winter zu haben, wenn man das hier tragt. Was mir aber schon aufgefallen ist, wenn man jetzt hier die Arantierung mal löst. Also das Außen, also hier ist der Einschlag. Aber sie klappen wieder ohne Probleme zurück. Also es ist keine irgendwie Zurückklapporientierung mit dabei. Also man muss nur einmal, um über diesen Punkt rüber zu kommen, drücken. Dann kommt der nächste Einschlag. Das ist bei 50 Grad. Aber hier, ihr könnt es ohne, wieder zurück machen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Also ihr müsst aufpassen, dass euch das Stativ nicht einklappt. Also das ist schon ein bisschen, ja, komisch. Aber naja gut. Alles aus Metall hier. Alles aus Metall. Scharf. Alles aus Metall hier. Finde ich toll. Und hier dieser Kopfhalt. Also die kann man auch schön smooth drehen. Supi, supi. Aber was auch mir noch aufgefallen ist, ist die Schnellwechselplatte. Ihr braucht, um eine Kamera festzumachen, ein 5 Cent Stück oder einen durchgrößeren Schraubendreher. Um die festzumachen. Das ist halt, ja, ein bisschen doof gelöst. Aber hier ist auch kein Platz, um, ja, solche Bügel dran zu machen. Dann werde ich dann mal einen Locationwechsel machen. Bis gleich. Garten. Ihr seht ja die zwei Stative mal im Vergleich. Links Kuhlmann Alpha 2800 und rechts Vengard Alta Pro, was war es, 200, 263 AT mit dem Kugelkopf. Ja, alle beide Stative sind voll ausgefahren. Die höchste, das höchste, was so angeht bei den beiden. Vengard, seht ihr gerade, die Beinspreizung ist an den ersten Einschlag. Das sind 25 Grad, da gibt es dann noch 50 und dann noch 80. Und als Größenvergleich werde ich mich einfach mal so daneben stellen. Größenvergleich. Vengard noch mal mit den ganzen ausgespreizten Beinen zeigen. So, jetzt wie versprochen und wie gezeigt, also was ich jetzt machen werde, sind halt die Beine mal in diese ganzen Positionen, bringen wir das alles so, wie das halt aussieht halt. So, ja, das erste, der erste Einschlag sind jetzt, also wie ihr es gerade seht, 25 Grad. Jetzt kommen 50 und dann 80. 50 Grad und jetzt kommt der letzte Einschlag sind 80 Grad. So, das Stativ ist jetzt voll ausgespreizt. 80 Grad, das ist sozusagen der niedrigste Punkt. Ihr könnt auch noch die Mittelsäule noch umlegen und das werde ich euch jetzt auch zeigen, ein bisschen näher. Die Mittelsäule umlegen. Also ihr könnt natürlich die Mittelsäule rotieren lassen. Das wäre diese Schraube hier hinten. Da könnt ihr die um die eigene Achse drehen. Aber jetzt kommt der ganze Clou. Ihr könnt hier die Arretierung lösen. Die Schraube lösen. Hier unten den Knopf drücken. Na, wenn man das sieht, ich weiß es nicht. Da ist dann hier oben so ein Stopp-Signor. So, Stopp. Und jetzt könnt ihr die ganze Mittelachse umdrehen. Wieder zurück. Ja. Jetzt werdet ihr sagen, ja super, das kann mein Manfrotto auch. Ja, das ist ja schön und gut, dass das Manfrotto das auch kann. Die Mittelsäule umlegen. Aber hier gibt es noch einen besonderen Clou. Man kann die Mittelsäule nicht nur umlegen, sondern um 180 Grad runterdrehen. Und zwar, so, geht das? Ihr könnt die ganz nach unten drehen. Die komplett runter machen. Hier hoch, zack, rein das Ding. Fest machen, fest machen. Dann könnt ihr die hier arretieren. Und ihr könnt eure Aufnahmen dann halt machen. So, jetzt werdet ihr euch mal den Kopf runternehmen. Was mich auch begeistert hat. Das hat auch nicht jedes Stativ. Das werde ich euch mal zeigen. Der Kopf ist unten. Da seht ihr ja. Und hier die Platte, wo man jeden anderen Kopf drauf machen kann. Videokopf, Kugelkopf, Bistolengriffkopf. Oder welche Köpfe. Und, oder, auch. Ihr, wenn ihr jetzt keinen Kopf habt, könnt ihr auch was draufschrauben ohne, ja, einen bestimmten Kopf. Weil, hier ist ein Adapter. Den könnt ihr hier versenken. Da ist eine Garage hier drinnen. Und zwar ist es ein 3,8 Adapter. Also von 1 Viertel auf 3,8. Also wenn ihr den hier abdreht, habt ihr dann 1,5 Zoll. Gewinn ist hier schon drauf. Jetzt habe ich hier den Adapter drauf gemacht. Von 1 Viertel Zoll auf 3,8 Zoll. Wie die meisten Stativköpfe haben. Dass ihr das seht. Die Platte hat einen Vorteil. Die ist auch nicht irgendwie nur aus Aluminium oder so. Sondern die ist auch aus Alu. Aber hier oben drauf ist auch ein Gummibelag drauf. Also ein leicht erhöhtes Gummiprofil. Das heißt, ihr könnt hier auch locker ein Actioncam mal so direkt drauf schnallen. Also ihr habt hier eine Gummifläche. Hier ist die Garage für den Adapter von 1 Viertel Zoll auf 3,8 Zoll. Wie gesagt, der Adapter ist gerade drauf geschraubt. Das ist 3,8 Zoll. Und wenn ihr den abmacht, habt ihr den 1,5 Zoll. Die Schraube. Wie gesagt, das wollte ich euch mal zeigen. Weil hier oben ist Gummi drauf. Das ist auch nicht bei jedem Stativ so. Wie gesagt, Garage für den Adapter. Und hier sind diese drei Matenschrauben. Um ihm dann diesen Kugelkopf hier zu arretieren. Das wollte ich euch mal gezeigt haben. Und ich bin immer noch begeistert oder immer wieder begeistert von diesen Stativ. Vengard sehr überzeugt von den ganzen Features, die ich euch jetzt hier gerade so gezeigt habe. Das hat nicht jede Stative schon gar nicht für den Preis. Und das Zubehör darf man auch nicht vergessen, was hier dabei ist. Schon in meinen Augen echt klasse. Also mehr wie Daumen hoch geht gar nicht. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen von den Vengard Altar Pro 263 AT. Mit dem SBH 100 geköpft drauf. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht auch für euch eine Alternative ist. Zu den Manfrotto zum Beispiel. Oder was nutzt ihr so Stative? Das ist auch wie gesagt mein erstes, richtiges, teure Stativ. Bis zum nächsten Mal, euer Digayoshi. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.